Okay, super. Ja, hallo an alle. Ihr merkt es, wir haben ein Upgrade bekommen. Keine Konkurrenz, also der Raum einigermaßen voll. Freut mich tatsächlich, hier vortragen zu dürfen. Und gut, ihr kennt uns vielleicht jetzt nicht alle, aber diejenigen von euch, die uns kennen, merken, dass nicht derjenige hier vorne steht, der diesen Vortrag ursprünglich halten wollte. Das war dann so ein interaktiver Prozess. Mach doch du mal die Einführung, isst doch dein Baby. Und dann habe ich mir mal die Folien angeschaut und habe gesehen, keine Rocket Science, mache ich, erzähle ich jetzt einfach mal. Hintergrund ist, ich bin Professor an der THM, an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Das ist eine sehr, sehr große Hochschule für eine Fachhochschule. Wir haben 18.000 Studierende. Jetzt nicht nur in Gießen, auch in Friedberg, auch in Wetzlar, aber die meisten sind in Gießen. Ich bin in einem Informatikfachbereich. Auch wir sind sehr groß. Wir haben über 3.000 Studierende. Alle Informatiken, die man sich so vorstellen kann. Einen ganz, ganz interessanten Studiengang, jetzt seit wenigen Jahren. Social Media Systems nennt sich der, der so ein bisschen interdisziplinär ist. Der Informatik mit Gestaltungsaspekten, mit betriebswirtschaftlichen Aspekten kombiniert. Ja, und als Informatikfachbereich befasst man sich natürlich mit Webtechnologien. Und das haben wir natürlich auch schon zu einer Zeit gemacht, als es Content-Management-Systeme noch gar nicht so richtig gab. Ich bin schon relativ lang bei der THM, schon in den 90er Jahren. Und ich habe da vorgefunden, eine ganz, ganz wilde Landschaft. Webseiten waren damals noch gar nicht so furchtbar wichtig. Und klar, wir hatten auch eine HTML mit Framesets, keine Style-Sheets. Die Kollegen hatten hunderttausende Skripte, wo sie so Cross-Media-Publishing gemacht haben, ihre Skripte auf die Webseite hochgeladen, in LaTeX. Also eine ganz große Sammlung von Technologie-Stack, alles irgendwie auf die Webseite draufgeschmissen. Und das war der Informatikfachbereich in Gießen. Der Informatikfachbereich in Friedberg sah ganz anders aus. Die hatten auch ihr eigenes Ding gebastelt. Die Ingenieurfakultäten hatten praktisch nur so One-Pager, wo sie mal ihre Adresse hingeschrieben haben. Es war Kraut und Rühm. Das war so Anfang der Nullerjahre. Klar, das kam dann so allmählich, dass die Leute so ins Internet gegangen sind. Also in das WWW, wollen wir nicht verwechseln, die beiden Begriffe. Auch die Studierenden. Und es wurde dann auch wichtig, dass wir das einigermaßen professionell machen. Und ja, was waren so die Alternativen? Selber machen, klar. Informatikfachbereich macht es aber selbst. Aber zu aufwendig, natürlich. Es gab Mambo. Das hatte schon eine relativ große Verbreitung. Aber eines Informatikers nicht würdig. Es gab Typo 3. Das ist so das, was man gemacht hat, wenn man die Nasen ein bisschen weiter oben hatte. Oder ganz interessant Soap und Plone. Da konnte man richtig programmieren. Und tatsächlich, unsere Kollegen hatten eine Typo 3-Seite aufgebaut und aufgezogen. Und wir waren schon relativ weit. Aber wenn man an einer Hochschule ist, will man mit dem, was man darstellt, mit dem will man ja auch arbeiten. Also gerade in der Informatik. Und wir hatten uns schon ganz früh überlegt, hey, wir verwenden das jetzt nicht einfach, um eine Webseite zu machen, sondern wir verwenden es auch, um zu zeigen, wie man eine Webseite macht. Und da hatten wir, und das war tatsächlich ich, so 2003 mal geschaut. Typo 3, das war das System, was wir hatten. Absolut hoffnungslos. Die Studenten ein halbes Jahr gebraucht, bis sie einigermaßen reingekommen sind. Und Joomla damals dann auch schon Version 1.0. Klasse. Eine Woche und die Leute waren drin. Die konnten programmieren. PHP. Damals vielleicht noch ein bisschen eine unwürdige Sprache, aber mittlerweile hat sich das ja gegeben. Aber die kamen einfach ganz, ganz schnell rein. Und das war so ein bisschen der Beginn der großen Entwicklung von Joomla bei uns an der Hochschule. Ja, und der Grund, weshalb ich auch hier stehe. In letzter Zeit, ich mache gar nicht mehr so furchtbar viel damit. Mittlerweile ist die Karawane auch schon ein bisschen weitergezogen. CMS-Systeme sind jetzt nicht mehr so der heiße Scheiß, wie es gerne heißt. Aber es ist natürlich Basistechnologie. Jeder braucht eine, jeder hat eine. Content-Management-Systeme sind die Art und Weise, wie man das macht. Und die Dinger zu erweitern, funktional an das anzupassen, was man heute so braucht, ist wichtig. Das müssen die Studenten auch kennen. Ja, wir hatten dann am Anfang noch ein ziemlich tröges Layout. Das sieht jetzt auch nicht schön aus, weil es furchtbar breit gezogen ist und keinen Kontrast hat aufgrund des Beamers. Aber es sieht schon ganz gut aus, die Webseite. Ja, zunächst mal in unserem Fachbereich. Aber das war gut. Ich habe ein paar Mitstreiter gefunden auf Hochschulebene. Und es gab dann so eine kleine Basisrevolution. Wir haben gesagt, wir machen nichts anderes. Wir machen nur noch Joomla. In allen Fachbereichen, wir machen nur noch Joomla. Wir schmeißen alles raus. Will heißen, wir bieten nur noch Dienstleistung, Leistung, Support für Joomla. Für nichts anderes. Das hat sehr schnell dazu geführt, dass kein Fachbereich mehr irgendeine andere Technologie eingesetzt hat. Und mittlerweile, da vorne steht's, wir haben mal bei der Zentrale nachgefragt, über 45 Joomla-Instanzen. Ist auch interessant, weil wir den ganzen Laden ja ein bisschen zusammenhalten müssen. Die sollen ja nicht alle irgendwie aussehen. Die sollen ja alle irgendwie gleich aussehen, gleich strukturiert sein. Und wer bei uns auf der Webseite, und ich meine jetzt nicht nur die Hauptwebseite der trm, www.trm.de, mal rumschaut, sondern auch auf die Fachbereiche geht, das ist mittlerweile sehr gut vereinheitlicht. Was das Design anbelangt sowieso, gleiches Template, kein Ding. Aber auch was die Strukturen anbelangt, die Menüeinträge, das sieht mittlerweile gut aus, ist aber völlig dezentral organisiert. Auch eine interessante Herausforderung an unsere Serverfarmen, auch eine interessante Herausforderung bei einer Hochschule an Security. Wir müssen ja, wenn wir Angriffe haben, die müssen wir melden. Wir haben ganz wenige Angriffe, die wir wirklich melden müssen. Also auf die MNI-Webseite haben wir mal zwei melden müssen. Das war dann irgendwie vor fünf Jahren oder so, hat mal uns jemand gesagt, da sei mal was gewesen. Wir hatten auch mal merkwürdige Dateien bei uns im PHP-Verzeichnis, aber merken wir relativ schnell. Ist interessant, denn eine Hochschule ist eine sehr chaotische Landschaft und da Sicherheit zu gewährleisten, ist nicht ganz einfach. Möglicherweise sind unsere Inhalte auch zu interessant. Ja, unsere Bemühungen, was die Vereinheitlichung der Webseiten anbelangt, die Strukturierung, von sehr viel Content anbelangt, wurde hier in der Community auch ein wenig gewürdigt. Tatsächlich haben wir jetzt schon zwei dieser Dinger bei uns im Institut rumstehen und wackeln munter vor der Wand hin und her. Da sind wir sehr glücklich drüber. Das hat uns auch so ein bisschen sichtbar gemacht. Das wurde auch im Präsidium gesehen, dass wir da was aufgebaut haben, was so bei den Hochschulen auch einzigartig ist. Wir haben einen ganz guten Vergleich. Bei uns in der direkten Nachbarschaft ist die JLU, die Justus-Liebig-Universität. Sehr große Universität, 30.000 Studenten. Die Uni Marburg ist um die Ecke. Die haben gar keinen Spaß mit dem Content-Management-System. Also sie sind nur am rummachen, brauchen ständig irgendwelche Tutoren von uns. Ne, das hat sich wirklich gut bewährt bei uns, dass wir damals diesen Schritt gemacht haben. Ja, klar. Eine Webseite machen ist eins, ist aber irgendwann mal dann auch langweilig. Als Informatiker will man natürlich entwickeln. Und wir haben schon, dieses Jahr hatten wir das Zehnjährige. Wir haben dann Joomla als Lehrinhalt für uns entdeckt. Wie gesagt, ging relativ einfach. Studierende innerhalb einer Woche können die gehen und können Dinge machen. Dinge bauen. Und wir haben am Anfang ganz viele Dinge gebaut. Wir haben uns nicht getraut, die irgendwie in die Community zu tun. Aber sie hießen dann alle irgendwie Gießen Maps, Gießen irgendwas. Und wir waren extrem kreativ. Der Code war suboptimal. Dinge, die gut waren von der Idee, haben wir dann teilweise weitergeführt. Eins dieser Komponenten oder eine dieser Komponenten oder Pakete, die es mittlerweile geworden sind, hat es dann tatsächlich auch überlebt. Will ich gleich auch nochmal darauf eingehen. Ja, wir haben 1.0, 1.5 die Migration. Das war ein größerer Schritt. Wir hatten dann, keine Ahnung, so um die 15.20 Pakete gehabt, die wir dann irgendwie auf 2.5 bringen mussten. Ein halbes Jahr haben wir, glaube ich, dafür gebraucht, das Zeug rüber zu bekommen. Also diesen Migrationsstress, den hatten wir sehr, sehr extrem. Führte dann dazu, dass wir tatsächlich die Entwicklung von Erweiterungen in unseren Lehrveranstaltungen ein bisschen zurückgestellt haben, weil wir es eigentlich so ein bisschen für die Tonne gemacht haben. Mit einigen Ausnahmen, auf die ich noch eingehen werde. Das waren 90 Stück, ja. Teilweise so ein bisschen automatisiert. Aber was auch interessant ist, wer bei uns im Fachbereich, Fachbereich MNI, auf die Webseite geht, diese Webseite wurde noch niemals neu aufgesetzt. Die läuft seit dem ersten Tag durch, nur mit Migration. Also wir haben immer nur an der Seite rumgebaut und haben von der Version 1.5, das war so die erste, wo wir sagen konnten, okay, das ist jetzt einigermaßen stabil. Die lief durch bis heute. Und man muss auch sagen, sehr, sehr stabil. Also wir haben praktisch keine Ausfälle auf der Webseite, nur wenn unsere Server überlastet sind. So am Anfang vom Semester oder wenn man mal eine neue PHP-Version einspielt oder wenn uns IT-Services irgendwie mit dem Bagger ins Kabel reinfährt, dann ist das Ding mal unten. Aber ansonsten läuft diese Joomla-Instanz jetzt seit zehn Jahren ununterbrochen durch. Und die Hardware dahinter ist, das ist relativ lächerlich, was dahinter steckt. Ja, das sieht bei der zentralen Webseite der Hochschule ein bisschen anders aus. Ein bisschen professioneller. Ja, Hochschule, klar. Wir haben natürlich mit Hochschulobjekten zu tun, die jetzt für die Community nicht so interessant sind. Aber für Hochschulen natürlich sehr interessant sind, weil wir auch an Systeme drangehen müssen, die im Hochschulbereich wichtig sind. Das sind im Wesentlichen zwei Systeme. Das ist ein System für die Stundenplanung. Und da haben wir so einen Aufsatz drauf gemacht, wo Studierende sehr komfortabel sich hier einen Studiengang aussuchen können, ihr Semester und dann auch nicht so wie früher so einen Wochenplan haben, sondern tagesaktuell die Planung. Die Leute können sich einloggen. Wir authentifizieren uns über Kass-Zentral. Da ist Joomla angebunden. Das sind unsere anderen Systeme auch noch angebunden. Und können sich ihre Stundenpläne selber zusammenstellen. Können die dann im iCal-Format abonnieren. Das funktioniert hier sehr gut und ist auch jetzt auch schon seit einigen Jahren im Einsatz. Und so auch attraktiv, dass mittlerweile auch da alle Fachbereiche drin sind. Am Anfang haben die so ihre Excel-Sheets gemacht. Mittlerweile funktioniert das auch sehr gut. Das zweite System, an dem wir hängen, ist ein System, was es glaube ich auch in Österreich gibt. Hochschulinformationssysteme, HISS. Damit machen Hochschulen ihre Verwaltung. Das ist ein zentrales Campus-Management-System, wo die Studierenden verwaltet werden, die Einschreibungen passieren, wo die Notenlisten drin sind. Auch an dem System hängen wir dran. Das ist ein bisschen mit Sicherheitsaspekten verbunden, aber da kommen wir ganz gut dran. Modulhandbücher liegen da auch hinten dran, wo die Studenten dann schauen können, was sie hören können. Ist auch alles schön verlinkt. Man kann dann auf die Dozenten draufklicken, dann kommt man auf die Dozentenseiten. Funktioniert mittlerweile wirklich gut und wird auch immer weiterentwickelt. Ja, daneben hat eine zweite Komponente oder ein zweites Paket überlebt. Das ist vielleicht für die Community doch ganz interessant, obwohl es hat auch Schnittstellen zu unserer ersten Komponente hat. Die Darstellung von Benutzern, die strukturierte Darstellung von Benutzern mit Zusatzinformationen war in Joomla in den Anfangszeiten jetzt nicht so furchtbar ausgearbeitet. Das haben wir ziemlich aufgeblasen. Das nennen wir TM Groups, dieses Paket. Da können wir Gruppen definieren, Rollen vergeben. Das setzen wir mittlerweile überall ein. Also immer wenn es um Personen geht, um die Darstellung von Personen, setzen wir TM Groups ein. Jede Person hat dann auch so einen kleinen Bereich, wo er Content ablegen kann, selber editieren, selber strukturieren. Die Studenten können darauf zugreifen. Das hat sich auch sehr bewährt. Wir hatten mit Joomla wesentlich mehr vor. Also Joomla kann alles, klar. Wir wollten Joomla auch im Intranet sehr stark einsetzen und wir wollten Joomla auch als E-Learning-Plattform weiterentwickeln. Da gab es auch schon einiges. Das haben wir nicht geschafft und das glaube ich auch nicht, dass man das mit vertretbarem Aufwand irgendwie auch schaffen kann. Denn da gibt es Besseres. Also unsere Struktur mittlerweile, viele Jahre war die ein bisschen schwammig. Mittlerweile ist es relativ klar. Alles, was Außendarstellung ist, ist Joomla. Das Intranet ist bei uns Confluence. Workflow-Management hätten wir furchtbar gerne gehabt in Joomla. Jetzt kommt es. Und alles, was mit der Organisation von Lehre in Modulen zu tun hat, ist Moodle. Das ist unsere Trennung. Wir haben auch schon Schnittstellen programmiert gehabt, aber das ist alles ein bisschen daran gescheitert, dass sich, wenn man mehrere Systeme hat, die dann teilweise auch in der Versionierung sich ändern, das ist kaum zu leisten, da hinterher zu kommen. Ja, das sind die Erweiterungen, die wir geschrieben haben. Ich habe das immer in studentischen Projekten gemacht. Studentische Projekte sind nicht nachhaltig. Das muss ich einfach lernen. Studenten kommen und gehen. Im besten Fall irgendwie nach acht bis zehn Jahren. Dennis ist ewig lang geblieben. Im Normalfall irgendwie. Ja gut, er promoviert ja auch. Und war Mann der ersten Stunde. Aber normalerweise so nach zwei, drei Jahren spätestens sind Studenten weg. Und wenn man was entwickelt, das ist eine Katastrophe und ich selbst kann es nicht machen. Ich will es auch nicht machen. Es ist dann auch irgendwann mal langweilig, man will auch was anderes machen. Wir haben das tatsächlich verstetigt. Wir haben so eine kleine Jumla-Truppe in einer zentralen Verwaltungsabteilung, die das machen, wo auch ein Absolvent von uns dabei ist, der den Organizer übernommen hat, der THM-Group so den Hut übernommen hat, dem wir immer wieder Studenten zuschustern als Tutoren, die dran entwickeln. Aber er ist da. Und dadurch ist das nachhaltig geworden und läuft auch sehr gut und ist mittlerweile auch, haben wir uns getraut, hat es auch eine Qualität, dass wir es Open Source gestellt haben. Also da gibt es die entsprechenden Githubs. Im Jumla-Repository ist es jetzt noch nicht drin. Ja, wir haben uns viel mit Content-Management-Systemen befasst. Und da gibt es ja nicht nur Jumla, da gibt es viel mehr. Aber Content-Management-Systeme haben gemeinsame Strukturen, die sich auch gar nicht so stark ändern. Es gibt Menüs, es gibt Zugriffskontrolle, es gibt Content, es gibt hierarchische Strukturen. Das sind Dinge, die, wenn man mal so ein bisschen in die Informatik schaut, eigentlich danach schreien, mit dem Modell getriebenen Ansätzen modelliert zu werden. Also nicht codiert zu werden, sondern modelliert zu werden, sich mal diesen Aufwand antun und aus dem Modell heraus generiert zu werden. Das ist dann auch der Grund, weshalb der Dennis noch hier ist. Das ist der Inhalt seiner Promotion. Und das funktioniert mittlerweile in meinen Augen richtig klasse. Er ist ein bisschen bescheiden. Aber du hast es, glaube ich, noch nicht public gestellt, willst es aber jetzt im Anschluss tun. Ja, okay. Dieses System, was er entwickelt hat, ist ZoomDD. Damit ist er auch eingeschlagen. Er war weltweit unterwegs auf durchaus sehr guten Konferenzen. Das ist einmalig. Also im Content-Management-Bereich gibt es etwas in dieser Qualität überhaupt nicht. Das ist ein System, bestehend aus einer Modellierungssprache, die hat er EGSL genannt. Warum wohl dieses J da drin ist. Mit dem man und mit Mann meine ich durchaus auch ambitionierte Laien, ohne zu programmieren, man Dinge modellieren kann, die ganz typisch sind für Content-Management-Systeme. Also das Beispiel, was du immer bringst, ist dieses Konferenzsystem, wo man mal relativ schnell für eine Konferenz modellieren kann. Wo sind die Räume? Was sind die Teilnehmer? Alles mögliche, was man so braucht. Das resultiert dann in Tabellenstrukturen, wird dann abgebildet auf die Joomla-Tabellen, herausputzeln dann Komponenten, Plugins, Module, alles, was Joomla so zu bieten hat, ist aber vom Konzept, muss man jetzt auch mal sagen, so weit gefasst, dass man damit auch WordPress machen könnte. Und tatsächlich, du hattest jetzt gerade irgendwie, hast du mir erzählt, einen Anruf, da gibt es jemanden, der einen Generator für WordPress hat, den man da integrieren könnte und möglicherweise, na gut, du bist bald fertig, dann baust du es nicht mehr ein. Ja, auch schön und das war ja dann auch Gegenstand von einer Präsentation und von einem Workshop gestern, ich habe das ja ganz kurz gezeigt, im Rahmen von Benjamin-Trenklis-Veranstaltung. Also man kann damit Joomla 3 generieren und man kann damit auch Joomla 4 generieren, wenn so die letzten Bugs rausgezogen sind. Das hat auch schon mal sehr gut funktioniert, hat man mir versichert, aber Joomla 4 hat sich halt auch ein bisschen weiterentwickelt und da muss man halt auch immer dabei bleiben und dann kommen halt Bugs rein. Was ich total spannend finde, ist, man kann auch Reverse ingenieren, man kann also auch aus vorhandenen Joomla Komponenten Modelle generieren. Nicht vollständig, aber größtenteils und kann dann mit diesen Modellen ein bisschen machen, was man möchte. Man kann die erweitern. Interessant, wenn man eine Komponente hat und hat aber die Module nicht dazu, dann hat man das Modell und kann dann die Module dazu modellieren und kann daraus Code generieren. Auch da nicht 100 Prozent, aber das Allermeiste. Der letzte Schritt in seiner Promotionsarbeit, der jetzt aus wissenschaftlicher Sicht noch ein bisschen gefehlt hat, war eine Evaluation dessen, wie das läuft. Wenn man wissenschaftlich arbeitet, macht man ein Experiment mit einer signifikanten Stichprobe, also 15 Leute. Schönes Experimentdesign. Die Leute haben aufgetragen bekommen, ganz typische Joomla-Erweiterungen zu realisieren. Die Probanden waren Leute, die wussten, wie man Joomla-Erweiterungen entwickelt. Also Leute, die diese Lehrveranstaltung besucht haben. Das Ergebnis war, alles was ich gehört habe, ihr habt es noch nicht ausgewertet, habe ich die Fragebogen gesehen, war in meinen Augen wirklich gigantisch. Also zwei Dinge. Zum einen, die Qualität ist dramatisch gestiegen. Also es wird nicht einfach was drauf losprogrammiert, sondern es wird generiert und das, was generiert wird, ist Sache des Generators und der macht das gut. Qualität steigt dramatisch und die Geschwindigkeit steigt dramatisch. Faktor 4, Faktor 5. Also es gab dann Versuchen und Blindversuchen, auch die eine Gruppe hat so entwickelt, die andere Gruppe hat mal so entwickelt und dann haben die getauscht. Das hat sich bewahrheitet bei praktisch allen Probanden. Also viel schneller, viel qualitativ hochwertiger. Und das Ganze im Web. Da muss man sich jetzt nicht groß was installieren. Ja, davon habe ich schon berichtet. Die Veranstaltung, die wir betreiben, nennt sich Web Programming Weeks, ist eine Veranstaltung, die typischerweise als Blog-Veranstaltung in Semesterferien läuft. Da geht es tatsächlich um Entwicklung im Web. Wir haben Erweiterungen entwickelt und wir haben es nicht ins Netz gestellt. Also das hatte tatsächlich in den meisten Fällen nicht die Qualität, wo man wollte, dass das irgendwie in eine Joomla-Installation reinkommt und dann angegriffen werden kann. Ja, das ist blöd. Eigentlich ist es blöd. Eigentlich ist es nicht Sinn der Sache von so einer Veranstaltung, wo man mit Open Source Software umgeht, dass man sagt, wir machen Open Source Software, aber wir machen sie nicht Open. Weshalb wir irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, mit wir meine ich jetzt tatsächlich den Wolf und den Dennis. Also ich habe es noch bis dahin gemacht und dann habe ich den jüngeren Hände gegeben, das anders aufzuziehen. Ich weiß nicht, ihr hattet irgendwie den Kontakt zum Roland davor oder ist der da mitgekommen? Ja, 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 ja. Wir haben diese Web-Programming Weeks jetzt anders aufgezogen. Also wir wollten jetzt tatsächlich nicht nur zeigen, wie man Web-Technologien anhand von Joomla entwickelt, sondern wir wollten wirklich zeigen, wie entwickelt man in einer Open Source Community, die halt jetzt Joomla ist. Wie läuft das ab? Unser Semester, wir haben 15 Wochen Semester im Winter und im Sommer. In der Mitte ist immer so eine Projektwoche, eine Woche, wo die regulären Veranstaltungen aussetzen. Da bringen wir die Leute auf den Stand, dass sie ein bisschen laufen können. Das machen die mittlerweile autodidaktisch. Also wir optimieren auch unseren Aufwand ein bisschen. Wir haben da so ein Aufgabenset, den sie selbst erarbeiten müssen und wenn sie den durchgekriegt haben, dann wissen sie, was Komponenten, Module und Plugins sind und können die Dinger Hello World mäßig zusammenbauen, programmieren. Damit steigen sie dann ein in den Semesterferien. Nicht ganz ohne Absichten, also nicht ganz freiwillig, denn es gibt Credits dafür. Also sie bekommen für die Veranstaltung sechs Credits. Ein Student muss in einem Semester 30 Credits leisten. Sechs davon bekommt er oder sie über die Webprogramming Weeks. Und das ist dann in den Semesterferien eine Veranstaltung, die geht ein bisschen über zwei Wochen noch hinaus und dann kommt noch das dazu. Die müssen viel arbeiten. Also sie sitzen von morgens bis abends dran, teilweise auch noch am Wochenende. Dann haben wir die Pizza Bugs in Pfannenveranstaltungen da integriert. Hat sich angeboten. Ist natürlich eine coole Sache, in Code dadurch reinzukommen, dass man einfach mal guckt, wir machen es andere. Wir haben andere schon mal Probleme gelöst. Also der Gutweg ist oft der einfache, der böse Weg ist oft der schwierige. Wenn man mal dem böse Weg folgt, dann lernt man viel. Also nachtesten. Das letzte Mal war ich auch dabei, habe ich auch nachgetestet. Ja, macht natürlich Spaß. Man ist am offenen Herzen. Auf der anderen Seite sitzt die Community und dann ist man bei den Contributors dabei, beim nächsten Release. Das ist total motivierend. Das ist eine ganz andere Geschichte als vorher, wo man das im schlimmsten Fall für die Mülltonne entwickelt hat. Ja, das geht so zwei Tage. Das ist sehr, sehr betreut von der Community. Ist auch super cool. Ist total motivierend. Ist auch fachlich wichtig, weil gerade der Roland, das ist bei uns eine Bachelor- und eine Masterveranstaltung. Also da sitzen eher unerfahrene und auch sehr erfahrene Studenten drin. Der teilt es dann so ein bisschen ein. Dann gibt es irgendwelche Dinge zum Nachtesten. Das ist einfacher. Er hat so immer so drei Schwierigkeitsstufen. Dann zieht man sich so ein Ticket von der Tafel, so ganz agil. Ich habe nachher auch ein Bild davon. Entwickelt an dem, versucht den Fehler nachzustellen. Spielt die alte Version ein, die neue Version, ist er weg. Dann muss das Ganze ja dreimal gemacht werden. Das kann man dann im Raum rumgeben. Ist ganz gut. Man kommt auch ganz schnell dann endlich zu einem Release-Kandidat. Ja, und dann, wenn man fertig ist, ist man total happy. Also ich habe das selbst ja auch erlebt, inklusive einer interessanten Diskussion mit Brian Thiemann. Ja, und dann geht es ins Eingemachte. Dann gucken wir mal, was wir vorantreiben können, was wir an Features entwickeln können. Und auch da gibt es wieder Dinge, die einfacher sind und Dinge, die ein bisschen komplizierter sind. Das dauert dann zwei Wochen und ist, wie gesagt, auch intensiv betreut durch die Community. Ja, das sind so ein paar Impressionen. Was nett ist, dass in den Semesterferien, wir haben auch immer Austauschstudenten, die sind oft in den Semesterferien da. Das waren jetzt, ich sehe es gerade nur, unsere drei türkischen Studenten aus Izmir, die tragen das dann in die Welt. So sieht dann unser Taskboard aus. Von links nach rechts wird das Ganze gemacht. Ja, und wir hatten tatsächlich jetzt so die letzten Jahre wirklich den Eindruck, wir sind irgendwie angekommen. Davor hatten wir nicht den Eindruck. Nicht viele Leute bleiben hängen, muss man ehrlich sagen. Aber die eine oder die andere, also interessanterweise unsere Frauen sind hängen geblieben. Das ist nett. Und auch die Kommunikation mit der Community ist nett. Ja, das hatte ich auch mal. Ich sollte so ein kleines JavaScript nachtesten. Das hatte Fehler gebracht, wenn man das auf strikt gestellt hat. Ich konnte den Fehler nicht nachstellen, aber ich konnte zeigen, dass es läuft. Das habe ich dann reingeschrieben. Oh, oh, oh. Oh, muss doch nachgestimmt. Ja, das hat der Roland für mich dann geregelt. Ja, vielleicht noch so eine Impression. Stimmung immer geil. Also die Leute sind da wirklich gerne dabei. Da sieht man auch hier so bekannte Gesichter. Der Roland ist jetzt heute nicht da. Auch interessant, das sind nicht nur Informatikstudenten. Ich habe mal geguckt, die Hälfte dieser Studenten sind Studenten, die Informatik nur zu einem Drittel in ihrem Studium machen. Das sind diese SMS-Studenten, die das genauso gut können. Also aus dieser Reihe kamen auch einige interessante Features. Ja, was haben wir da geleistet? Dieser Pre-Update-Checker, der ist von uns. Ja, klar, Patches nachgetestet und Pull-Requests gestellt. Könnte mehr sein, aber hey, ist schon toll. Ja, er hat das mal gesagt. It is inspiring to see how young people get enthusiastic about the system and spend part of their holidays. Okay, nicht ganz holidays, aber in den Semester fern. Sie mal im September. Ist eigentlich eine schöne Zeit im Freibad. Kann man dann auch an der Hochschule verbringen? Das ist echt nett. Ja, und wir sind mittlerweile so engagiert. Gut, wir organisieren das nicht. Also wir haben nur mal geguckt, dass wir das irgendwie bei uns hinbekommen. Läuft also tatsächlich an der TH. Ist gerade in der Organisation. Und wir freuen uns, wenn die Community nächstes Jahr dann bei uns an die TH nach Gießen kommt. Dieses Jahr. Dieses Jahr ist ja dieses Jahr. Oh Gott. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte von Tumla und der THM. Und ich glaube, das war eine ganz erfolgreiche Geschichte. Wir haben auch nicht vor, da irgendwie zu wechseln. Ja, ich denke mal, die Frage nach Fragen ist immer so ein bisschen obsolet. Also wenn irgendjemand was noch wissen möchte, ich bin ja dann around so die nächsten paar Minuten zumindest. Gut. aus garantiert habe ich mich. Vielen Dank.